Bitcoin und die meisten Altcoins, die bewegen sich gerade relativ positiv. Wir sehen wieder auf breiter Spur sehr, sehr grüne Zahlen. Heute möchte ich mit dir dennoch kurz über Crypto.com sprechen, über wichtige Announcements, die gemacht worden sind und über eine Werbeplatzierung, die den Preis nochmal ordentlich nach oben schieben kann. Und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich hoffe, du bist wunderbar in die Woche gestartet. Bevor wir mit dem Video starten, lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, schreib einen Kommentar, das würde mir und dem Video extrem helfen, kostet aber auf der anderen Seite sehr, sehr wenig Zeit. Heute möchte ich, wie gerade schon angekündigt, über Crypto.com sprechen. Crypto.com ist gerade auf dem Platz Nummer 16 unterwegs. 12 Milliarden US-Dollar sehen wir hier an Marktkapitalisierung, 48 US-Dollar-Cents ist aktuell der Preis und wir sehen eine Veränderung von 5,74% in den letzten 24 Stunden beziehungsweise in den letzten sieben Tagen von 18,67%. Man sieht also, dass auch Crypto.com wieder einiges an Dynamik aufgenommen hat. Natürlich gibt es immer noch Kryptowährungen, die etwas stärker ansteigen als Crypto.com, aber darum soll es in dem Video auch gar nicht gehen. Wenn wir uns aktuell die Charts angucken, dann ist das Bild ziemlich klar und zwar sehen wir, dass Crypto.com oder Crow in dem Fall aus dem Downtrend ausgebrochen ist und auch wenn der Breakout nicht unbedingt impulsiv war, ist es so, dass wir trotzdem ausgebrochen sind. Aktuell sind wir ungefähr bei 48 Cent unterwegs. Damit konnten wir auch einen wichtigen Monatswiderstand überwinden, welcher außerdem eben auch als Support auf dem 4-Stunden-Chart bestätigt wurde. Ebenfalls wurde der 200 EMA und der SMA bestätigt. Natürlich könnte es immer noch sein, dass wir theoretisch in eine bärische Divergenz im RSI laufen. Das Ganze wird sich aber erst in den nächsten Tagen herausstellen und das wäre auch nur realistisch, wenn das Handelsvolumen deutlich abnehmen würde. Ich bin also sehr gespannt, was wir hier in der nächsten Zeit in dem Bezug noch sehen werden. Wie du ja weißt, bin ich ein riesiger Fan der Kreditkarte, der Plattform allgemein und den ganzen Tools, die sie mit aufgebaut haben. Oben rechts findest du übrigens auch einen kompletten Guide zu Crypto.com, wie du dich anmeldest, all diese ganzen Geschichten. Guck dir das Video gerne nochmal an, das wird dir sicherlich einige Fragen beantworten. Solltest du trotzdem unabhängig auch von dem Video Fragen haben, dann schreib sie doch gerne unten in die Kommentare, damit ich dir unter die Arme greifen kann. Es geht, wie in dem Intro kurz auch angekündigt, um eine ziemlich große Nachricht, die auch schon einige Tage alt ist. Denn wir wissen ja, dass der Superbowl am nächsten Wochenende stattfinden wird und der Superbowl ist ja quasi das Event überhaupt weltweit, schalten mehrere hundert Millionen Menschen ein. Und nun ist es eben so, dass Crypto.com angekündigt hat, tatsächlich die erste Werbeanzeige beim Superbowl zu schalten. Wir wissen, dass Crypto.com-Marketing-seitig sehr, sehr viel Geld im letzten Jahr ausgegeben hat. Alleine 700 Millionen US-Dollar für einen 20-Jahres-Vertrag, um quasi den Namensrecht am Stable Center in Los Angeles zu übernehmen. Wir wissen aber zum Beispiel eben auch, dass sie sich im Formel-1-Umfeld bewegen, dass sie dort investiert sind, dass sie in die UFC investiert haben, dass sie eben auch einige Vereine unterstützen, wie zum Beispiel Paris Saint-Germain und noch viele weitere Themen, die wir uns auch gleich angucken werden. Und das ist quasi der nächste logische Schritt gewesen. Crypto.com kauft sich also hier eine Werbeanzeige. Was man in dem Umfeld eben auch wissen muss, ist, dass aktuell eine 30-Sekunden-Werbeanzeige im Spiel 6,5 Millionen US-Dollar kostet. Unglaublich, wie hoch die Preise sind. Im letzten Jahr lagen wir hier noch bei ungefähr 5,5 Millionen für 30 Sekunden. Der Preis ist aber nochmal nach oben gegangen. Und scheinbar ist das der richtige Weg aus ihrer Sicht, um eben entsprechend Werbung zu platzieren. Was wir ihnen nicht absprechen können, ist eben, dass sie eine Plattform aufgebaut haben, die heutzutage jeder benutzen kann. Sie ist einfach strukturiert. Es gibt klare Ansagen in verschiedenster Hinsicht. Und so ist es natürlich extrem einfach, um dann mit dem Thema zu starten. Die Anmeldung funktioniert super simpel. Und wenn man die Benefits herausgestellt hat, dann merkt man relativ schnell, warum Crypto.com unglaublich viel Mehrwert bietet. Neben Crypto.com gibt es aber eben auch Binance, FTX und Bitbuy, die zum jetzigen Zeitpunkt wohl Werbung entscheiden werden beim Super Bowl. Ich bin sehr gespannt, wie diese am Ende aussehen werden. Und vor allem eben auch, ob dadurch wirklich neue User dazukommen. Denn wenn wir uns die Statistiken ansehen in den letzten Jahren, dann sehen wir, dass wir zwar nicht mehr auf dem All-Time-High unterwegs sind, wenn es um die TV-Zuschauer geht in den letzten Jahren. Trotzdem sprechen wir 2021 immer noch von soliden 92 Millionen Zuschauern. Und auch hier wird es sicherlich einen ähnlichen Wert in diesem Jahr geben. Ich bin sehr gespannt und werde euch diesbezüglich auch auf dem Laufenden halten, sobald ich hier irgendwelche Inside-Daten habe, die eben zeigen, wie sich letztendlich solch eine Werbeanzeige beim Super Bowl geschlagen hat und vor allem, welche Auswirkungen sie letztendlich hat. Und wenn wir über Crypto.com sprechen, dann können wir sicherlich auch nochmal über den Januar sprechen. Einige sehr interessante Informationen bzw. Dinge wurden gedroppt von Crypto.com. Sie haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit dem Basketballspieler King James aufgebaut oder LeBron James. Sein Handle hier auf Twitter ist in dem Fall eben King James. 50 Millionen Follower hat er zusammensammeln können und da geht es vor allem aber um quasi seine eigene LeBron James Family Foundation. Da geht es quasi darum, als Enabler zu gelten oder zu fungieren. Das heißt also quasi der Familie und den ganzen Mitgliedern in dem Fall Krypto näher zu bringen, ihnen aufzuzeigen, wie einfach das ganze Thema funktioniert und welche Risiken, aber auch welche Chancen natürlich damit einhergehen. Und ich finde diese Art der Partnerschaft wirklich extrem interessant und bin sehr gespannt, was wir hier diesbezüglich noch mitbekommen werden. Außerdem haben sie eine Partnerschaft mit der AFL aufgebaut. Das ist quasi die australische Football League. Außerdem auch mit einem der Vereine dort in dem Land. Wir haben außerdem weitere sehr interessante Neuigkeiten und zwar sind die Loaded Lines nun online gegangen, aber auch weitere DeFi-Projekte wurden umgesetzt. Also auch hier gibt es wieder sehr interessante Informationen. Ihr könnt euch gerne mal über den Link hier die ganzen Informationen nochmal in Ruhe durchlesen, denn hier wurde nochmal alles aufgeschlüsselt. Was wir aber, denke ich, zusammenfassen können, ist, dass die Entwicklung bei Crypto.com stetig weiter voranschreitet. Auch nachdem sie ja den Hack durchleben mussten, gab es ja natürlich einige negative Stimmen. Letztendlich hat Crypto.com das Kapital, was verloren gegangen ist, wieder an die Beschädigten oder an die letztendlich Personen, die Kapital verloren haben, zurückgezahlt. Außerdem haben sie Lösungen erarbeitet, um in Zukunft natürlich zum einen die Sicherheitslücken zu schließen, aber sollte sowas nochmal passieren, eben entsprechend jeden auch entschädigen zu können. Wunderbare Neuigkeiten diesbezüglich natürlich auch und damit, glaube ich, kann man wirklich gut zusammenfassen, auf welchem Weg Crypto.com gerade ist und warum sie in Zukunft immer interessanter für die Menschen werden. Wenn ihr euch alleine mal den Twitter-Account von Crypto.com anseht, da werdet ihr schnell feststellen, in welche Richtung das Ganze geht. Es gibt unglaublich viele Neuigkeiten, Es gibt extrem viele Drops auch im NFT-Sektor hier. Es werden immer neue, ja, Crypto-Währungen auch über Kronos zum Beispiel angebunden oder eben auch gelistet. Da sind sie extrem weit vorne mit dabei, aber auch die Sicherheitsaspekte, die werden eben weiterhin fokussiert, um in Zukunft das wirklich bestmögliche Komplettpaket anzubieten. Ja, Crypto.com ist einfach für mich die Plattform überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt. Sie ist einfach. Sie ermöglicht uns, mit einem sehr, sehr geringen Zeitaufwand in den Crypto-Space einzusteigen. Sie bietet uns viele verschiedene Werkzeuge, die wir nutzen können, um eben dort aktiv sein zu können. Und all diese Elemente, die wirken sich letztendlich natürlich auf Crypto.com aus. Ich bin ein großer Fan und bin sehr gespannt, was wir in Zukunft noch sehen werden. Hast du selber Crypto.com-Coins? Hast du dir sogar vielleicht die Visa-Karte geholt? Wie ist so deine Erfahrung mit dem ganzen Produkt? Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Und natürlich würde mich auch interessieren, ob du daran glaubst, dass eine Super Bowl-Werbung dazu reicht, um neue Kundenzahlen und so weiter nach oben zu treiben. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, dann würde ich mich riesig über deinen Daumen nach oben freuen. Außerdem wäre es natürlich super, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke ebenfalls aktivierst, um auch keine weiteren Videos zu verpassen.